Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich muss es nochmal zeigen. Ja, guckt es euch an. Das Masterschiff. Es liegt in meinen Händen, ganz elegant. Und ja, ähm... Ich hatte ja in den letzten Parts schon mal angedeutet, wo mich meine Reise als nächstes hinführen soll. Und ich würde sagen, da gehen wir auch mal als nächstes hin zum Turm der Hügel. Denn ich habe was ganz Spezielles vor, liebe Leute. Ich möchte zum nächsten Titanen. Den Titanen möchte ich mit dem Masterschwert besiegen. Ich muss nur herausfinden, was ich machen muss, aber es geht zum Flugtitanen. Yay! Ein bisschen mehr Begeisterung möchte ich doch hier sehen, ne? Also, komm, jubelt mal. Jubel! Jubel, Heiterkeit. Da habe ich 1800. Da habe ich genau das nach 200. Da oben. So, mal ganz kurz. Da ist ein Stuhl. Da will ich nicht. Genau, also müssen wir in die Richtung fliegen. Ich habe jetzt keinen Bock da unten mit den ganzen Gegnern zu kämpfen. Ich hätte vielleicht jetzt mal zum Pferdestall rennen sollen. Egal. Irgendwas ist da hinten. Will ich definitiv erkunden. Keine Ahnung, was das hier für Bäume sind. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Wasser oder sowas. Raus, sieh Wasser. Ja, also ich höre Wasser. Ich muss nicht mal davon ausgehen, dass es auch hier alles sehr westrig ist. Wenn das Master-Schwert nicht wegwerfen, lalalalalala. Ach, ist das schön, ne? Dann machen wir es. Und dann alles ist, ah, alles. Dann kommen wir hier hoch. Ach, ich bin so begeistert davon. Ich glaube, total in den falschen Dreck. Aber egal. Stahl. Hauptsache hier irgendwo lang. Ah, ich liebe es. So, ähm. Natürlich die Frage, wo komme ich jetzt hier am effektiven Stang? Da ist ein Stein. Da ist aber kein Bock drunter. Ich glaube, wenn man überlegt. Ich glaube, es ist 17 braucht. Frank. Waffentasche. Nachprozentig ist hier auf diesen Filz auch was drauf. So, wetten. Jetzt ungern auf diese ganzen Dinger da drauf. Oh, das war eine Kütze. Okay, gut. Also hier ist ein Weg. Weg, ich sehe einen Weg. Den Weg möchte ich natürlich gehen. Dieser Weg, der wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig. Matschig. Das ist der nächste Turm. Kabin erspäht. Ich suche gerade den Flugzeugplan. Das ist weg. Oh, hier ist ein Reiter. Ja. Ich finde, dass ihr auf Klausch vorbeigekommen ist. Wie wäre es mit einer kleinen Pferde-Anekdote? Mein Pferdchen und ich waren in Gefahr und mussten uns mit einem Sprung ins Wasser retten. Was macht Pferdchen? Es schwimmt einfach los. Hat mir vorher nie was davon erzählt, dass es auch schwimmen kann. So ein Schlingel. Ob andere Tiere auch schwimmen können, weiß ich nicht. Bei Pferden habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Ja, das kenne ich auch. Da bin ich jetzt... Ah, da ist ja der Flugtitan. Da hinten ist die Reitstelle. Dann wird da auch der nächste Schrein sein. Hallo, hallo, Luca. Was ist? Wow, du bist wirklich süß. Ich habe eine Errschung für... Warum nicht? Dann mach doch mal die Augen zu. Aber gut. Ist doch wirklich geschlossen? Du kannst nicht mehr sehen. Dann kann es loslegen. wirst du sterben. Oh, wie jetzt erst die... Oh, komm her. Komm. Na, komm. Und tschüss. So. Mit dem Master Schwert war das ganz schön einfach. Aber schön, dass die Bitch jetzt erst erkannt hat, dass ich online bin. Finde ich natürlich super. Keine in meiner Nähe. Da wirst du mich auch gleich angreifen. Ich habe mich verirrt. Vielleicht, wie man da... Kommt. Ja, weiß ich. Zum Glück habe ich dich... Du hast mich völlig verirrt. Da fand ich auch ein nettes... Ein nettes mich auch... Ah, dein Kopf. Jetzt ist es aus mit dir. Oh, ernsthaft? Na, komm. Ah, verdammt. Na, komm. Dann nochmal auch mehr. Und tschüss. Nein, den kann ich nicht. Nehmen wir die Tasche voll. Also, ich glaube, hier kommen wir irgendwie so in eine Richtung von diesen Lagern. Doch anscheinend irgendwo ein Schrein sein. Ihr wisst, wenn ich einen Schrein höre, dann muss ich da hin. Ah, wo ist der Schrein? Oh. Ein Läunen. Ups. Hm. Ich nehme trotzdem den Soldatenbogen. Und, äh... Oh nein, der Elektro-Pfeiler. Oh nein, der hat's drauf. Sollte mir nicht zu viel zutrauen, wenn ich, äh... so wenig Energie habe. Also... mal leck mich doch. Nein. Ich beschütze dich. Leck mich doch. Ich laufe weg, komm. Ja, komm. Okay, komm. Lauf noch mal auf mich zu. Oh, shit. Hab ich noch irgendwas zu essen? Hab ich noch irgendwas zu essen? Oh, Gott. Ich muss kurz was essen. Ich bin gleich wieder für dich da. Wild. Okay. Okay. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Oh, shit. Oh, shit. Jawoll! Komm und jetzt! Okay. Schnell wieder was zu essen. Was zu essen habe ich doch. Irgendwas zu essen habe ich doch. Es sieht alle auf. Nein. Äh, essen. Maxi. Okay. Ah. Wow. Nein. Oh. Wow. Ja, komm. Was ist denn? Endlich. Stop. Alles gibt es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt reicht nur noch Akiri auf dich. Oh nein. Ich habe keine Bombenpfeile mehr, deswegen. Nein. Der ganze Kampf umsonst. Ich glaube es nicht. Okay, aber jetzt gehe ich besser die ganze Zeit. Hm. Ich dachte ich hätte es schaffen können. Ah. Und trägst. Haha. Wie bin ich jetzt? Oh, du bist eigentlich. Wechseln wir. Banane. Ja, weiß ich. Ja, gut. Hopf. So. So. Sollte ich jetzt haben. Mal mit dem Leunen auf. Das heißt, ich brauche als allererst. Waffe. Mal den da. Jetzt will ich es wissen. Gleich wieder mitfahren und alles. Einfach schon aus Prinz. Gut. Gut. Ich weiß nicht, ob ich den muss, aber... Na komm, du stimmst an, ne? Das gibt es doch nicht. Kann ich ihm da nicht ausweichen. Nee. Vielleicht wieder gut los, ne? Du. Oh. 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 Okay, gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. ein bisschen stärker ist nein nein ich habe eine barsche nein nein darf noch mal auf mich zu ich bin weg ich bin doch erstmal weg ich habe euch extra speziell jetzt ja geschafft aber ich glaube ich bin jetzt heute abend ich konzentriert also für euch ist ja morgens und für mich seit abend da ist der schreien ok immer wieder unsere richtigen bahn lieber gerne diese wahrscheinlich gibt es dem leun jenen jetzt hier fest macht mir Sinn in so einen Schrein rein zu gehen eine blamage krieg ich in den enden ich bin doch eigentlich ausgewichtigt trotzdem hat er mich getroffen ich möchte Schlimmes mein Name ist Shao Yohu im Namen der Göttin verprüft werden der Augenblick Alku oder was kein Schalter das auch nicht da muss ich da ist hier wieder das ist nicht ähm äh wartet mal so komm komm ja machen komm Bewegt sich aber gar nicht, ne? Wartet mal. Das könnte die Idee sein. Das könnte die auch ändern, ne? Damit könnte ich es leicht bewegen. Komm. Komm. Na komm. Juhu. Ich habe es geschafft. Oh. Hier rüber. Ja. Kommen wir jetzt erstmal die Tue hier. Okay. Da haben wir einen Toppass. Oh. Alter, sind die ganz anders. Teilnehmlich. Oh. Jetzt so einfach. Ich mache es halt so. Jo. Jo. Gut. Okay. Ich nehme mal mit. Ähm. Machen. Bin ich auch. Okay. Oh. Um. Da nix mehr. Hä? Hä? So. Was ist denn jetzt? Ah. Jetzt habe ich verstanden. Ah. 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 Der war nicht schlecht gemacht. Der war wirklich gut. Der war kniff. Fein. Da gibt es einen Daumen nach oben. Also. Von mir. An Nintendo. Ihr könnt natürlich auch einen geben. War. Egal. Darum geht es jetzt nicht. Kann ich gut. Da musste man sehr viel nachdenken. Hat mir gefallen. So können die Dungeons weitergehen. Wie die Dungeons noch weitergehen. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe es hat euch gefallen, dass sie vom Leuen König verprügelt wurde. Oder vom Leuen. Ich sage, ich bin euer Tocher 3. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü